Ein weiteres Thema, was man als Abiturgrundlage betrachten kann, sind die Potenzgesetze. Und genau diese werden wir uns anhand von Beispiel- und Übungsaufgaben jetzt anschauen. Bevor wir in den Beispielaufgaben anfangen, gibt es zuerst eine kleine Übersicht über die sechs grundlegenden Potenzgesetze. Und hier wäre unser erster Potenzgesetz. x hoch a mal x hoch b ist das gleiche wie x hoch a plus b. Also das Ganze kann man auch so formulieren, wenn man zwei Terme mit gleicher Basis miteinander multipliziert, dann werden die Exponenten oder die Hochzahlen addiert. Genauso ähnlich funktioniert auch der zweite, nur dass es hier nicht um Multiplikation, sondern um Division geht. Also x hoch a durch x hoch b ist entsprechend dann x hoch a minus b. Dritter Gesetz, x hoch a mal y hoch a ist das gleiche wie xy hoch a. Also das bedeutet, wir haben hier zwei verschiedene Basen, x und y, dafür ist der Exponent oder die Hochzahl gleich. Deshalb kann man das zusammenfassen. Vierter Gesetz, so ähnlich wie der nur mitgeteilt oder mit Division. Also x hoch a durch y hoch a ist das gleiche wie xy hoch a. Unser fünfter Gesetz hilft uns, Terme mit mehrerer Exponenten oder Hochzahlen zusammenzufassen. Also wenn ein Term mehrere Exponenten besitzt, dann werden diese miteinander multipliziert. Und das sechste Gesetz sollte euch auch irgendwie bekannt vorkommen. Es zeigt euch einfach, wie man Terme vom Zähler im Nenner hin und her ziehen kann oder schieben kann, indem man einfach das Vorzeichen des Exponenten ändert. Es ist natürlich wichtig, dass ihr diese Gesetze in beide Richtungen beherrscht. Das heißt nicht nur von links nach rechts, sondern auch noch von rechts nach links. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Die Wurzelgesetze werde ich hier in diesem Tutorial nicht zeigen und nicht benutzen. Einen passenden Tutorial dazu findet ihr allerdings am Ende dieses Videos im Abspann. Und hier kommen gleich die ersten drei Beispielaufgaben, wo es natürlich darum geht, Terme mit Hilfe dieser Potenzgesetze zu vereinfachen. Von Schwierigkeitsgrad würde ich sie als leicht bis höchstens mittelschwer bezeichnen. Und als kleine Hilfestellung blende ich hier rechts nochmal diese 6 Potenzgesetze ein. Und bei dieser ersten Aufgabe müssen wir diesen größeren Term so weit wie möglich natürlich zusammenfassen. Also, wir fangen natürlich mit der Klammer hier an. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch umschreiben. Also, wir können hier x hoch a geteilt durch x hoch 2 a schreiben. Ist Geschmackssache. Mal x hoch 3 a. Und jetzt habt ihr die Wahl. Entweder tut ihr erstmal die zwei Terme hier im Bruch zusammenfassen. Und zwar mit der zweiten Potenzregel. Oder die Terme oben. Das heißt, dieses x hoch 3 a könnt ihr auch als Bruch betrachten. Also, x hoch 3 a geteilt durch 1. Und dann könnt ihr die zwei x oben zusammenfassen mit Hilfe des ersten Potenzgesetzes. Ich werde jetzt die zweite Taktik nehmen. Also, x hoch a mal x hoch 3 a ergibt zusammengefasst x hoch 4 a. Und im Nenner unten bleibt natürlich nur noch x hoch 2 a. Und wenn wir jetzt unser zweiter Potenzgesetz anwenden, dann lautet unser Ergebnis x hoch 2 a. Hier ist unsere zweite Beispielaufgabe. Und unser Term lautet 4 a Quadrat alles hoch N mal 2 a hoch minus N. Für den Anfang werden wir als erstes die Klammer auflösen. Das heißt, wir haben hier in dieser Klammer ein Produkt. Und wir könnten dadurch die dritte Potenzregel sozusagen rückwärts anwenden. Also, die Klammer einfach auflösen. Entsprechend haben wir dann 4 hoch N mal jetzt a hoch 2 alles hoch N. Da greift die fünfte Potenzregel zu. Und entsprechend haben wir dann a hoch 2 N. Und dann den hinteren Term einfach nur abschreiben. Mal 2 und mal a hoch minus N. Beim ersten Blick passt nicht viel miteinander zusammen, aber ich glaube, dass das a hoch 2 N und a hoch minus N auf jeden Fall schnell zu erkennen ist. Und diese zwei Terme können wir natürlich auch miteinander verrechnen. Also, nach der ersten Potenzregel bleibt da nur noch a hoch N übrig. Jetzt, die 4 hoch N und die 2. Die scheinen beim ersten Blick nichts gemeinsam zu haben. Allerdings kann man hier einen kleinen Trick anwenden. Und zwar die 4 kann man gegebenenfalls auch als 2 hoch 2 schreiben. Also, statt 4 hoch N haben wir dann 2 hoch 2 alles hoch N. Und dann entsprechend am Ende nochmal mal 2. Gut. Im nächsten Schritt können wir diese Klammer in der Mitte auflösen. Das heißt, a hoch N lasse ich erstmal in Ruhe. Und dann haben wir nach der fünften Potenzregel 2 hoch 2 N. Und am Ende nochmal mal 2. Und das Einzige, was man hier noch machen kann, ist, diese 2 als 2 hoch 1 anzusehen, weil das ist sie eigentlich. Und dann entsprechend noch die 2 Zweier zusammenzufassen. Also, wir haben dann a hoch N mal 2 hoch 2 N plus 1 am N. Bei unserer dritten Beispielaufgabe gibt es keine Buchstaben, sondern nur Zahlen. Aber auch diese kann man problemlos mit Hilfe dieser Potenzgesetze sozusagen vereinfachen. Und genau, das haben wir auch hier vor. Genauso wie vorher lösen wir oder versuchen wir erstmal diese Klammer sie voll aufzulösen. Deswegen schreibe ich zuerst die 12 und die 10 hoch 2 einfach nur ab. Und mit dem fünften Potenzgesetz können wir auch die Klammer oben auflösen. Wir haben dann einfach nur 10 hoch 6 stehen. 3 mal 2 gibt es 6. Und im Nenner würde ich ehrlich gesagt nicht die 2 Zahlen jetzt zusammenfassen, also 2 mal 10 20 schreiben, sondern unser dritter Gesetz anwenden, zwar rückwärts. Also eher sozusagen die Klammer auflösen. Entsprechend haben wir dann 2 hoch 2 und 10 hoch 2. Und jetzt ist überall Malung geteilt, also dort wo es geht, können wir problemlos kürzen. In erster Reihe sollte euch auffallen, dass oben, unten, also im Zähler und Nenner 10 hoch 2 vorkommt. Das bedeutet, das können wir direkt kürzen. Sprechen bleiben nur 1 übrig. Und außerdem haben wir oben noch 12 und unten 2 hoch 2. 2 hoch 2 sind natürlich 4. Und deshalb können wir die 4 mit der 12 problemlos kürzen. Also hier bleibt nur eine 1 übrig und oben eine 3. Also unser Endergebnis lautet dann 3 mal 10 hoch 6. Und wenn man das als Zahl aufschreiben möchte, was ich glaube, dass nicht hier notwendig ist, wären das einfach 3 Millionen. Bevor wir zu schwierigeren Aufgaben gehen, habe ich hier einen Abschnitt vorbereitet, was ihr gegebenenfalls, wenn ihr auf Pause drückt, als Übung nutzen könnt. Die Lösung blende ich dann gleich ein. Also, bei der Aufgabe 4 könnte man zuerst wieder mit der Klammer anfangen und sie so weit wie möglich zusammenfassen. Das wäre der erste Schritt. Und auch im zweiten Schritt haben wir wieder noch das hier stehen. Deshalb Ergebnis entsprechend 1. Bei der Aufgabe 5 würde ich persönlich empfehlen, erstmal das Ganze, meine ich, in einen Bruch zu schreiben und dann unten im Nenner die Klammer aufzulösen. Entsprechend kann man dann x hoch 2t und x hoch t zusammenfassen. Dann haben wir nur noch x hoch t durch 4 hoch t und das kann man auch nochmal zusammenfassen, auf diese Art und Weise. Und bei der sechsten Aufgabe geht es wieder nur darum, irgendwelche Zahlen als Potenzen hinzuschreiben und zusammenzufassen. In erster Reihe solltet ihr euch daran erinnern, dass 0,01 eigentlich 10 hoch minus 2 ist. Und die 400 hinten im Zähler würde ich jetzt auch noch zulegen 4 mal 10 hoch 2. Also 4 mal 100, deshalb 4 mal 10 hoch 2. Und im Nenner habe ich einfach 20 durch 5 ausgerechnet, sind 4 hoch 2. Entsprechend können wir hier ein bisschen was zusammenfassen. 10 hoch minus 2 und 10 hoch 2 ergibt 10 hoch 0, also 1. Das können wir auch weglassen. Und die 4er kürzen sich noch weg, das Ganze. Und hier unten nur die Hochzahl und bleibt eine 4. Entsprechend lautet dann unser Ergebnis 10 hoch 6 durch 4. Und das wäre dann ausgerechnet, wenn man möchte. 1 Million geteilt durch 4, also 250.000. Die nächsten drei Beispielaufgaben würde ich jetzt von Schwierigkeitsgrad nicht als schwer, sondern eher als schwerer als die davor bezeichnen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Es gibt eigentlich nach oben keine Grenze bei dem Schwierigkeitsgrad, wenn es um Potenzregel geht. Bei der Aufgabe 7 geht es darum, relativ hohe Zahlen mit relativ hohen Potenzen, natürlich ohne Hilfe des Taschenrechners, so weit wie möglich zusammenzufassen. Und weil überall verschiedene Basen stehen bei dieser Zahlen, das bedeutet, direkt kürzen kommt nicht in Frage. Deshalb müssen wir eine andere Taktik anwenden. Die beste, die ihr wählen könntet, wäre, diese große Zahlen erstmal zu zerlegen in Produkte aus kleineren Zahlen. Zum Beispiel die 14. Die kann man auch noch sehen als 2 mal 7. Deshalb statt 14 hoch 3 schreiben wir 2 mal 7 in Klammer hoch 3. Dann, genau das Gleiche machen wir auch mit der 15. 15 ist natürlich 3 mal 5. Also, dann schreiben wir 3 mal 5 und das Ganze hoch 5. Und im Nenner natürlich das Gleiche. 25 wäre 5 mal 5 oder wir können es auch als 5 hoch 2 und dann nochmal alles hoch 2 schreiben. Und für die 28 würde ich dann natürlich 4 mal 7 wählen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das ist, glaube ich, die einfachste. Und dann haben wir 4 mal 7 alles hoch 4. Im nächsten Schritt werden wir natürlich diese Klammern auflösen. Also, das heißt, entsprechend haben wir dann 2 hoch 3 mal 7 hoch 3 mal, und aus der zweiten Klammer, 3 hoch 5 mal 5 hoch 5. Und im Nenner, unser erster Term, können wir dann die Klammer auflösen, denn wir das Ganze als 5 hoch 4 hinschreiben. Und hinten haben wir dann 4 hoch 4 mal 7 hoch 4. Jetzt könnten wir schon schauen, was sich direkt vereinfachen lässt hier. Beim ersten Blick sieht die zwei oben Zähler so aus, als wäre sie einzielartig in diesem Bruch. Deshalb lassen wir sie erstmal in Ruhe. Danach kommt 7 hoch 3. Und im Nenner haben wir auch 7 hoch 4. Das könnten wir zum Beispiel auch zusammenfassen als 7 hoch minus 1. Allerdings ein bisschen eleganter wäre, wenn man sich die 7 hoch 3 in Zähler ganz wegdenkt. Also, bleibt nur eine 1 übrig. Und bei der 7 hoch 4 unten einfach die 4 wegnimmt und 7 hoch 1 übrig lässt. Oder einfach nur 7. Die 3 hoch 5 können wir mit nichts von unten kürzendauer zusammenfassen. Und dann sind wir schon bei der 5 hoch 5. Oben steht 5 hoch 5 und Nenner 5 hoch 4. Das wäre natürlich 5 hoch 1. Das heißt, hier verschwindet alles und hier bleibt einfach nur 5 hoch 1 oder nur 5. Jetzt schreiben wir erstmal alles hin, was wir bis jetzt haben. Also, die 2 hoch 3, die habe ich nicht verändert. Dann oben haben wir nur noch eine 3 hoch 5 und noch eine 5. Unten Nenner haben wir eine 4 hoch 4, die ich jetzt als 2 hoch 2 alles hoch 4 schreibe. Also, die 4 kann man als 2 hoch 2 schreiben. Entsprechend haben wir dann 2 hoch 2, alles auf 4 und noch die 7. Und entsprechend kann man dieser 2 hoch 2, alles auf 4 auch als 2 hoch 8 schreiben. Das heißt, oben verändere ich erstmal gar nicht. Ich schreibe nur alles ab auf die Schnelle. Und unten Nenner haben wir dann 2 hoch 8 mal 7. So, 2 hoch 3 und 2 hoch 8 kann man jetzt sozusagen auch kürzen. Entweder schreibt ihr 2 hoch minus 5 oder ihr denkt euch das hier wieder komplett weg und unten lässt ihr eine 2 hoch 5 stehen. Wenn man jetzt diese Zahlen ein bisschen ordnet. Die 5 und die 7 sind einfache Zahlen ohne Exponenten. Deshalb würde ich sie jetzt mal so schreiben. Und dann haben wir nur noch 3 hoch 5 durch 2 hoch 5. Und wenn man unbedingt möchte, kann man diese 3 hoch 5 durch 2 hoch 5 noch ein bisschen zusammenfassen, um entsprechend noch ein Potenzgesetz hier zu verwenden. Also es wäre zusammengefasst 3 halbe hoch 5. Unsere Aufgabe 8 sieht vielleicht beim ersten Blick ein bisschen erschreckender aus als die Aufgaben davor. Vor allem durch die Tatsache, dass jetzt in dem Term in C und Nenner Minus und Plus vorkommen. Und nicht mehr so wie vorher überall Malung geteilt. Das bedeutet, kürzen kommt für uns erstmal nicht in Frage. Um diesen großen Term zu vereinfachen, müssen wir erstmal bei dem einzelnen Terme Gemeinsamkeiten finden. Das heißt, wenn wir jetzt im Zähler mit dieses a hoch k plus 2 anfangen. Das kann man natürlich auch zerlegen oder anders schreiben. Entsprechend als a hoch k mal a hoch 2. Mit dem hinteren Term kann ich nichts machen, da schreibe ich nur ab. Also k hoch 2 mal a hoch k. Genau die gleiche Vorgehensweise werden wir jetzt auch im Nenner anwenden. a hoch k plus 1 ist a hoch k mal a hoch 1. Also einfach nur a. Und hinten kann man nichts machen, deshalb wieder abschreiben. a hoch k mal k. Und jetzt, wenn man Zähler und Nenner betrachtet, dann merkt man, dass in Zähler und in Nenner, dass a hoch k in beiden Terme gemeinsam ist. Deshalb werden wir jetzt im Zähler und im Nenner dieses a hoch k ausklammern. Entsprechend haben wir dann a hoch k mal Klammer auf a Quadrat minus k Quadrat. Und im Nenner a hoch k mal Klammer auf a plus k. Und die gute Nachricht ist, also die erste gute Nachricht, ist die Tatsache, dass sich a hoch k und a hoch k jetzt sehr vereinfacht gesehen hier wegkürzt. Dann bleiben wir nur mit diesen zwei Klammern. Aber wir sind noch nicht fertig. Diese Klammer kann man noch weiter bearbeiten. Zur Erinnerung rechts blende ich die drei binomischen Formeln ein. Was wir hier brauchen für unseren Zähler, ist die dritte binomische Formel. Und zwar rückwärts. Also von hinten nach vorne in diese Richtung. Und wenn wir sie anwenden, dann werden wir entsprechend a minus k mal a plus k haben. Geteilt durch a plus k. Und ich denke, dass jeder jetzt erkennen kann, a plus k verschwindet. Und am Ende lautet unser Ergebnis einfach a minus k. Also ja, binomische Formel kann man diesen Zusammenhang auch mit reinnehmen. Und da jetzt die Katze auf den Sack ist, blende ich bei der Aufgabe 9 gleich auf der rechten Seite die binomische Formel. Die werden wir natürlich auch für diese Aufgabe brauchen. Wenn wir jetzt bei diesen Termen zuerst den Zähler betrachten. Diesen Zähler kann man auch ein bisschen anders schreiben. Und zwar, ich kann ihn schreiben als a hoch n alles hoch 2 minus b hoch n alles hoch 2. Das hilft uns danach besser, die binomische Formel zu erkennen. Und eigentlich genauso auch unten nennen. Der erste und der letzte Term werde ich ein bisschen umschreiben als a hoch n alles hoch 2. Diesen Term in der Mitte lasse ich unverändert, da kann man auch nichts machen. b hoch n. Und der letzte Term wäre dann b hoch n alles hoch 2. Und wenn wir jetzt auf der rechten Seite passende binomische Formel suchen, dann finden wir für den Zähler natürlich die dritte binomische Formel. Das ist die hier. Und wenn wir die anwenden, dann haben wir entsprechend a hoch n minus b hoch n mal a hoch n plus b hoch n. Und unten nennen, finden wir dann die zweite binomische Formel. Entsprechend haben wir dann a hoch n minus b hoch n alles hoch 2. Und ich glaube, jeder kann es jetzt erkennen. Die zwei Klammern sind hier identisch, deshalb die obere kann man sich komplett wegdenken und unten ist die hoch 2 weg. Also bleibt nur eine Klammer mit hoch 1. Entsprechend lautet dann unser Ergebnis a hoch n plus b hoch n geteilt durch a hoch n minus b hoch n. Und mehr kann man für diesen Term nicht machen. Und hier noch eine letzte Runde Übungsaufgaben für euch, wenn ihr wollt. Ich blende gleich die Lösungen ein. Bei der Aufgabe 10 können wir wegen dieses Minuszeichen oben Zähler noch nicht an Kürzen denken. Deshalb wäre das Zerlegen von Terme sinnvoller. Und eine Möglichkeit an dieser Stelle wäre, diese 5 hoch 9 als 5 hoch 8 mal 5 hoch 1 oder mal 5 zu schreiben. Entsprechend kann man dann oben die 5 hoch 8 ausklammern. Und den Nenner habe ich einfach unverändert mitgenommen. Am Ende könnt ihr 5 hoch 8 kürzen. 40 minus 1 ist 39, geteilt durch 13 ergibt 3. Bei der Aufgabe 11 wäre es natürlich am Anfang wieder gut, wenn man zuerst diese ganzen Terme zerlegt. An Kürzen können wir wieder von Anfang nicht denken, wegen diesem Minuszeichen. Und wenn ihr beide Terme zerlegt, dann erkennt ihr die Gemeinsamkeiten. Und zwar man kann in Zähler und in Nenner e hoch x ausklammern. Sieht dann so aus. Und wenn man diese e hoch x wieder wegkürzt, dann bleibt nur noch das hier stehen. Und bei der letzten Aufgabe, bei der 12, geht es wieder wenigstens in Zähler um eine binomische Formel. Den Zähler kann man entsprechend auch so ein bisschen zerlegt schreiben, damit man diese erste binomische Formel eigentlich einfach erkennt. Und zusammengefasst sieht unser Term so aus. Dann können wir noch ein bisschen was kürzen. Und zwar die Klammer hier unten. Und die Hochzweihe hier oben. Und das ist unser Ergebnis. Wenn Interesse, weitere Grundlagenthemen für die Abitubriffung findet ihr jetzt gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.